Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben ein neues Frage-und-Antwort-Video. Ihr habt mir wieder super viele Fragen gestellt und ich möchte einige davon jetzt hier direkt beantworten. Hallo, ich bin Erik, bin Fahrlehrer seit über 20 Jahren und ich möchte dir bei deinem Führerschein helfen. Los geht's! Mittlerweile bekomme ich wieder so viele Fragen von euch, die ich leider gar nicht alle direkt beantworten kann. Erstmal grundsätzlich, ich wünsche euch allen viel Erfolg in eurer Prüfung. Es wird ganz oft geschrieben, ich habe morgen Prüfung oder übermorgen oder nächste Woche, drückt mir die Daumen, ich drücke euch allen die Daumen. Ganz, ganz wichtig. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg in der Prüfung und dass ihr definitiv auch beim ersten Mal besteht. Jetzt kommen wir aber zu den Fragen. Es sind auch sehr, sehr viele Fragen, die ich auch nicht immer alle direkt beantworten kann. Einige sehe ich auch wirklich erst sehr spät, weil es sehr, sehr viele sind und ich werde versuchen, die Fragen, die mir jetzt als letztes gestellt wurden, so gut wie möglich zu beantworten mal wieder. Diese Fragen beziehen sich natürlich auch auf die Prüfung, weil ihr, ja, ihr wisst natürlich nicht wirklich, wie eine Prüfung abläuft. Das wird euch natürlich auch gesagt, so da und darauf musst du achten, aber man möchte ja in der Prüfung auch nichts falsch machen. Und hier wurde die Frage gestellt, wie verhalte ich mich, wenn ein Bus jetzt keinen Warnblinker anhat, sondern einfach nur nach rechts blinkt und an die Bushaltestelle ranfährt oder grundsätzlich an die Haltestelle ranfährt. Ja, überholen grundsätzlich ist bei einem blinkenden Bus mit Vorsicht erlaubt. Aber ihr dürft nicht vergessen, der Bus fährt an einer Haltestelle dran. Dort werden Menschen in diesen Bus einsteigen. Eventuell wird jemand noch schnell vor dem Bus rüberlaufen auf die andere Straßenseite oder von der anderen Straßenseite rüberlaufen. Oder ihr fahrt hinter dem Bus und jemand anders möchte nicht hinter euch weiterfahren und überholt euch in dem Moment. Meine Empfehlung ist es, wenn ihr hinter einem Bus fahrt und dieser möchte an die Haltestelle ran, bleibt hinter ihm, solange es geht. Klar, wenn ihr mehrere Fahrstreifen habt und ihr seid in einem anderen Fahrstreifen und ihr könnt mit dem Bus zusammen verlangsamen, sodass es wirklich gefahrlos dann später auch an einen Überholen geht, dann dürft ihr auch selbstverständlich dran vorbeifahren und den überholen. Aber solange ihr noch hinter dem bleibt oder seid besser gesagt, bleibt bitte hinter ihm und wirklich erst, wenn er zum Stehen kommt, dass ihr den dann überholt. Aber auch mit erhöhter Vorsicht, mäßige Geschwindigkeit, maximal 30 kmh, besser langsamer und immer einen guten Seitenabstand. Ihr dürft ja nicht vergessen, kann doch sein, dass der Bus nur ganz kurz anhält und sofort wieder weiterfährt. Deswegen, Busse kann man nicht pauschal sagen, was man jetzt machen muss. Klar, beim Warnblinker, wenn er Warnblinker anhat, ist Überholverbot, solange bis er steht, dann nur mit Schrittgeschwindigkeit. Mäßige Geschwindigkeit fängt aber auch bei 10 kmh an. Also es ist effektiv auch schon fast Schrittgeschwindigkeit, je nachdem, wie die Verkehrslage ist. Im Zweifel bitte nicht überholen, ist meine Empfehlung. So, hier wurde ein guter Tipp gegeben. Also, ihr braucht euch natürlich in der Prüfung nicht beeilen. Ihr müsst nicht schneller machen, als das, was ihr sonst in den Fahrstunden gemacht habt. Das wäre auch gar nicht erforderlich. Das ist auch gar nicht verlangt. Damit würdet ihr eventuell euch sogar, ja, unnötig stressen und vielleicht sogar Fehler machen. Ihr dürft aber auch nicht unnötig Zeit schinden. Also das ist, ich denke mal, ja, Spaß ist halber gemeint. Zeit schinden dürft ihr nicht. Ihr dürft aber euch die Zeit nehmen, solange wie es dauert. Das heißt, ihr braucht jetzt aber nicht 5 Minuten fürs Einparken. Das wäre schon ein bisschen viel. Aber es dauert, solange wie es dauert. Und ihr braucht euch nicht stressen. Ihr kriegt keinen Pokal für schnelles Einparken oder schnelles Umkehren oder, oder, oder. Also bitte nur so, wie ihr es auch gelernt habt. Nicht mehr, nicht weniger. Hier geht es darum, naja gut, wenn eine Prüfung durchgefallen ist, ist das natürlich ärgerlich. Und wenn dann die zweite auch noch. Aber bitte tut mir den Gefallen, verzweifelt nicht. Es sind immer Umstände, die man weiß nicht, was da passiert. Auch im normalen Leben, wenn ihr später einen Führerschein habt, werdet ihr in Situationen kommen, wo ihr sagt, was mache ich denn jetzt? Dann ist natürlich keine Prüfung mehr. Logischerweise. Dann seid ihr euch auf euch selbst gestellt. Am Prüfungstag ist natürlich ungünstig, wenn ihr dann halt einen Fehler macht und ja, der dann zum Durchfallen führt. Aber deswegen braucht ihr bitte nicht verzweifeln. Wichtig ist, dass ihr euch mit den Fehlern befasst, die ihr gemacht habt. Aber nicht, dass ihr mit den Fehlern im Kopf schon in die nächste Prüfung reingeht und sagt, ah, das mache ich falsch, das mache ich falsch. Weil dann macht ihr es auch falsch. Und bitte tut euch einen Gefallen. Ich hatte das gestern auch in einer Fahrstunde, besser gesagt, habe ich mich versprochen. In einer Fahrstunde, da hatte sie sich ständig gesagt, was sie gleich falsch machen könnte. Dann ist es auch passiert. Da habe ich ihr quasi verboten zu reden. Also das war nett gemeint, damit sie sich selbst nicht ständig den Fehler einredet. Und danach hat es deutlich besser geklappt. Tut euch selbst hingefallen. Sprecht nicht aus, was ihr falsch machen könnt. Und denkt auch nicht so viel darüber nach. Geht eher davon aus, oder denkt eher über das nach, ab wo es überhaupt falsch laufen könnte. Also das, was ihr vorher falsch gemacht habt. Dass ihr sagt, okay, ab da hat es überhaupt erst angefangen, falsch zu werden. Warum habe ich da überhaupt angefangen mit diesem Fehler? War das, habe ich mich selbst unter Druck gesetzt? Habe ich nach hinten geschaut? Der Prüfer hat mich angeguckt oder was auch immer. Das sind die Sachen, mit denen ihr euch befassen müsst. Aber nicht damit, dass ihr ständig an diesen Fehler denkt und was alles falsch laufen kann. In dieser Frage geht es um ein Video von mir. Da habe ich beim Rechts vor Links, da bin ich aus einer sehr engen Gasse rausgefahren, natürlich auch darauf hingewiesen, dass man nach links schauen muss. Also, wenn Rechts vor Links ist, gilt natürlich, dass die, die von rechts kommen, Vorfahrt haben. Aber wenn ihr aus einer Straße, aus einer Gasse rauskommt, die man eigentlich, ja, nicht sehen kann, oder wo ihr schon selbst wisst, okay, ich sehe nichts, das heißt, der andere wird mich auch nicht erkennen. Da kann ich dann nicht blind rausfahren. Und hier ging es so ein bisschen darum, dass der Falllehrer gesagt hat, nee, also, das wirkt so, als wenn du keine Ahnung hättest. Nein, also, es kommt immer auf die Situation drauf an. Wenn ihr natürlich rechts und links 50 Kilometer weit gucken könnt, dann ist es eher fraglich, warum ihr dann so langsam fahrt und die ganze Zeit permanent nach links schaut und sagt, okay, da entsteht ja nicht plötzlich jemand. Aber, wenn ihr aus einer engen Straße rausfahrt, auch wenn ihr Vorfahrt habt, ihr dürft nicht auf eurem Recht bestehen, und das steht auch in der Straßenverkehrsordnung so, ihr habt nicht das Recht, immer die Vorfahrt euch zu nehmen. Das heißt, wenn es jetzt mal undeutlich ist, und ihr vielleicht auch selbst gar nicht gesehen werdet, von dem, der von links kommt, das muss noch nicht mal mit Absicht sein, dürft ihr da nicht blind rausfahren. Also seid ihr auch verpflichtet, so vorsichtig ranzufahren, auch wenn ihr Vorfahrt habt, dass der andere euch überhaupt erst mal erkennt und euch die Vorfahrt geben kann. Also, es ist nicht richtig, wenn ihr permanent irgendwo blind rausfahrt, auch wenn ihr Vorfahrt habt. In dieser Frage ging es darum, was denn falsch wäre daran. Der Prüfer wollte von ihm wissen, ob die Blinker funktionieren, und er hat einen Warnblinker eingemacht. Der Fahrlehrer hat ihm das da als Tipp gegeben. Das ist aber falsch. Warum ist das falsch? Jetzt kann man sagen, okay, wenn ich einen Warnblinker anmache, blinkt er ja auch links und rechts. Aber, stellt euch mal vor, natürlich blinkt er auch links und rechts. Ich kann damit die Lampen kontrollieren, aber ich kann damit den Blinkerhebel nicht kontrollieren. Das ist einfach so, ihr geht in den Flur, und ihr habt mehrere Lichtschalter. Und jemand sagt, pass auf, da hinten den Schalter kontrollierst du jetzt mal bitte, und schau mal, ob damit das Licht angeht. Und ihr sagt, okay, hier links neben mir ist aber auch ein Schalter, mache ich den an. Und dann sagst du, ja, Licht ist ja angegangen. Dann habt ihr natürlich den Schalter kontrolliert, aber nicht den, den ihr kontrollieren solltet. Das Licht ist zwar angegangen, aber das war nicht der auslösende Grund, dass es der drüben, oder der Schalter da drüben war, sondern der neben euch. Also, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Also, ich kann jetzt nicht mit einem anderen Schalter das testen, was ich eigentlich mit einem anderen Schalter testen wollte. Also, mit dem linken Schalter kann ich nicht den rechten Schalter testen. Ich muss den Schalter schon selbst betätigen. Deswegen musste er auch, ja, den Blinker rauf und runter machen, um zu gucken, ob es funktioniert. Der Warnblinker ist halt eine eigene Funktionsquelle sozusagen. Und das ist eine Warnanrichtung. Die muss unabhängig des normalen Blinkers funktionieren. Deswegen war die Antwort falsch. Ich kann gut fahren, aber ständig übersehe ich Verkehrsschilder. Was kann ich machen? Ja, was kann ich machen? Du musst natürlich lernen, oder ihr müsst lernen, wenn ihr das gleiche Problem habt, wenn ihr abbiegen sollt, nicht nur auf den Fußboden zu gucken, oder halt nicht nur einfach über die Schulter schauen. Ich sehe das ganz oft, dass einfach nur Schulterblick gemacht wird und dann blind in die Straße reingefahren wird. Das ist natürlich nicht richtig, weil ihr müsst natürlich schauen, in der Straße, was erwartet mich dort. Das heißt, wenn ihr auch irgendwo abbiegt und ihr habt eine Reihe parkende Fahrzeuge auf der rechten Seite, dann fährt man auch nicht erst mal hinter die parkenden Autos. Und dann sagt ihr, oh ja, was hat man, dann macht ihr euch die Augen auf. Also das wäre auch nicht richtig. Also, der Unterschied vom Fußgänger zum Autofahrer oder zum Motorradfahrer besteht natürlich darin, dass wir halt die ganzen Verkehrszeichen haben. Und das heißt, ich muss natürlich auch meinen Blick vom Boden ein bisschen hoch machen. Sonst werde ich diese Verkehrszeichen ja nicht sehen. Das heißt, immer wenn ich weiß, ich biege ab, muss erst mal meinen Blick nach oben gehen. Oder nach links oben, je nachdem, wo ihr reinfahrt. Und ihr müsst natürlich lernen, nicht nur auf den Boden oder stur nach unten zu gucken, oder einfach nur in die Ferne, sondern wirklich auch mal den Blick nach oben. Und das ist nun mal der Unterschied vom Fußgänger. Und da musst du wirklich lernen, Kopf rauf und runter zu bewegen beim Fahren. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber der Blick ist wichtig, wenn ich abbiege oder auch in der Geraden fahre, dass ich dann halt wirklich immer mal rauf und runter schaue, um zu gucken, was erwartet mich dann. Gerade wenn ich auch eine Reihe parkender Fahrzeuge habe, vielleicht ist dazwischen irgendwo ein Schild versteckt. Weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht die Straße, die ihr gerade fahrt. Das heißt, ihr müsst wirklich viel auch so auf halbe Höhe gucken sozusagen. Ich hoffe, ich konnte dir mit den Antworten etwas helfen. Ich hoffe, das war auch soweit verständlich für dich. Ich wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg in deiner Ausbildung und natürlich auch viel Erfolg in deiner Prüfung später. Und bis zum nächsten Video.